Aktuelle Ausstellungstipps aus der Kunsthalle Rostock Die Kunsthalle Rostock lädt am 21. Mai zur Ausstellungseröffnung von Armin Müller-Stahl ein. Der Künstler, Schauspieler, Musiker, Autor und Grafiker hat in der Nachkriegszeit in Deutschland einen einzigartigen künstlerischen Weg begonnen. Dieser führte ihn bis nach Hollywood. Die Ausstellung wird mit dem Künstler gemeinsam eröffnet. Unter dem Titel »Alle Kunst will Musik werden« gibt er einen Überblick über sein gesamtkünstlerisches Schaffen sowie einen Rückblick auf seinen Werdegang als Schauspieler. Im Fokus stehen Gemälde und Malereien auf Papier zum Thema Jazz. Diese sind in den letzten zwei Jahren entstanden und werden erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die Ausstellung läuft bis zum 18. September diesen Jahres.